Einfach hatte es Werder Bremen, Frings und Fromm nur bezählt. Hannover am Tiefpunkt. Es klappte aber auch gar nichts, ganz zur Freude. Er konnte sich entspannt zurücklehnen. Thomas Schaaf zuletzt ja wieder auf aufsteigendem Ast mit seinem Team. Und diese Standards sind unglaublich. Frings findet Hand 0 zu 4 kurz vor der Pause. Ja, die Bremer hatten gut lachen. Hannover erbärmlich im Durchgang Nummer 1. Wie ein Absteiger spielend viel Rauch vor dem...